Ja, liebes Facebook-Freunde, liebe Nachabendkinder-Freunde, liebe Kassen-und-durchspatzen-Freunde, die, die Sie kennen, ich wünsche Ihnen einmal ein gutes neues Jahr, gesund bleiben. Das ist immer das Wichtigste. Und natürlich ist Jahr 2019 auch nicht gestern willkommen geheißen, nicht nur einmal, sondern gleich dreimal, weil ich glaube, dass heuer 2019 vieles geändert wird. Das hoffe ich auch. Das heißt, ich bin auch in der Landwirtschaft für die Pferde zuständig, auch fürs Arbeiten in den neuen Hotel in Umhausen. Und ich bin mit den Jürgen Reiden, mit dem Ostermann, der ist sicher Urin. Und ich glaube, dass ich noch etwas für die Landwirtschaft für die Pferde bekomme. Ich bin auch in dem Pferdesuchtverbund Tirol dabei. Ab Vienna. Und die Weiterbildung mache ich auch in der Landwirtschaft und auch in der Musikproduzent als Sänger. Und mehr möchte ich nicht sagen. Wie gesagt, die drei sind immer die wichtigsten Vorraten, die Landwirtschaft und die Musik. Und ich glaube, dass ich das Richtige für mich und genau für das habe ich mir vorgenommen und werde auch natürlich helfen, wo ich kann. Ich lasse meine Freundin nicht im Stich. Das heißt, ich bin immer nur für sie, wenn sie mich braucht. Eure Simone verabschiedet sich als Musikchef und in der landwirtschaftlichen Begegnung. Und auch in der Kirche, du wie Pater Michi, werde ich nur aushelfen, sonst nicht. Ich finde, es ist leider zu viel. Ja und im Frühjahr, Frühling, der ist sicher ganz schön. Und da bleiben auch alle schöne Blumen, natürlich die Sonne, natürlich wärmer. Kommt wieder der Sommer. Diese sage ich ganz gern. Und ja. Und eigentlich möchte ich eigentlich nur sagen, auch wir werden auch etwas ändern. Wir kommen in den Keller aus, ausräumen und vieles mehr. Und auch wundern können wir sowieso Skifahren, du ja. Ja. Also liebe Facebook-Freunde. Servus. Vergelt's gut. Eure Simone aus dem Ötztal im Waldhoge aus Kärnten. Nohm. Vielen Dank.